Also ich bin jetzt schon schön weit gekommen, wie ich das gerade feststelle. Ja. Okay. Ja, ich mich auch. Fehler, die wussten noch gar nicht, dass sie 210 vor Christus lebten. Ach, ist das so lang. Was heißt vom Tellerwäscher zum Millionär? Ja, das sehe ich hier hoch, was er jetzt hier sagen will. Gut. 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 Das ist ein Nütz. Jawohl. Hm. Nee, stimmt nicht. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Ja. Das ist ein Mensch. Ich werde nicht mehr in den Stumpf. Woher weiß ich das denn jetzt? Ja. Na gut. Na komm. Okay. Okay. Dann gehen wir hier rein. Und rennen aber jetzt. Ich hab nämlich keine Lust mehr hier. Dann setzt man durch die Gegend zu. Da hinten. Ja. 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 Was soll ich denn jetzt so machen? Soll ich die jetzt weiterhin verfolgen? Ja. 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 dann lasse ich die da oben jetzt erstmal versauern Pfandleiher betreten Pfandleiher betreten Pfandleiher 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 Pfandleiher